Ja, so das Jahr zu beginnen, 2017. Gesund, mit starkem Willen und einer ganz kompetenten Unterstützung. Wenn wir loslegen mit dem Rauchstopp-Kurs 2017, dann bedeutet das, dass du Schritt für Schritt mit Lektionen, die interessant sind, die dich zu dir führen, zu deinen Motiven, deinen Wünschen und Sehnsüchten, um Schritt für Schritt in 21 Tagen rauchfrei zu werden. Ich freue mich riesig, dich dabei zu haben und du kannst schon loslegen, indem du heute schon buchst, dir selbst oder jemand anderen dieses wundervolle Geschenk der Gesundheit machst. Du findest hier unten auf der Seite den Buchungslink für dich selbst oder als Geschenk für deine Liebste oder deinen Liebsten. Wenn du jemanden kennst, der noch raucht, wo du weißt, dieser Mensch ist soweit, wünscht sich eigentlich schon längst damit aufzuhören und dieser Mensch bist vielleicht du selbst, dann gib dir jetzt deinen Ruck und ich kann dir eins versprechen. Ich, Tobias Conrad, werde mein Bestes geben, dir in diesem Kurs alles zur Verfügung zu stellen, all mein Wissen, all meine Erfahrungen, um dich dorthin zu führen, dass du dir gefällst, denn als Ex-Racher wirst du wunderschöne Haut kriegen, du wirst Vitalität spüren und du wirst ein neues Leben und etwas, was wirklich Spaß macht in Vitalität und guten Gewissen. Ich werde mein Bestes geben. Als Arzt darf und will ich dir kein Erfolgsversprechen, schon gar keine Garantie geben, das wäre unseriös. Aber was ich dir versprechen kann und das tue ich von Herzen ist, dass ich mein Bestes geben werde, dass es gelingen wird. Also, gib dir einen Ruck, buche, sei dabei und bis bald, spätestens am 8. Jänner, wenn wir mit dem Kurs 21 Tage lang gemeinsam einen Weg gehen, der dich in die Rauchfreiheit bringt. Bis dahin, alles Gute, dein Tobias Conrad.